Musik Alle Menschen träumen, aber nicht gleich. Die, die während der Nacht in der staubigen Tiefe ihres Verstandes träumen, wachen am Tage auf, um zu entdecken, dass alles nur Wahn war. Aber die Tagträumer sind gefährliche Menschen. Denn sie können ihren Tagtraum mit offenen Augen darstellen, um ihn wahrzumachen. Das tat ich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Arme hoch. Na, macht's Spaß, Kumpel? Oh ja, ich lach mich tot. Nette Begrüßung. Sind beide sauber. Ich bitte um Verzeihung. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sie sind also Talbot. Mr. Sullivan und Mr. Drake. Anwesend. Haben Sie ihn? Wir wollen erst das Geld ziehen. Cutter. Es ist alles da. Zeigen Sie her. Ich muss die Echtheit überprüfen. Sicher doch. Silber. 16. Jahrhundert. Elisabethanisches Design. Sir Francis Drake's Motto ist eingraviert. Nun, sieht aus, als wäre er echt. Ja, natürlich ist er echt. Wenn ich fragen darf, wo haben Sie das gute Stück her? Ist das wichtig? Mein Kunde wird sehr zufrieden sein. Einen Moment mal. Sully, das ist gefälscht. Glauben Sie mir, Mr. Drake. Oh, du hast recht. Das ist doch falsch wie ein 3-Dollar-Schein. Was zur Hölle soll das hier werden? Vielleicht sollte ich Sie das fragen. Das ist Bullshit. Deal ist geplatzt. Und Sie? Sagen Sie Ihrem Kunden einfach, Sie haben's versaut. Komm, Nate, verschwinden wir von hier. Sie sind nicht wirklich in der Position zu verhandeln. Geben Sie mir den Ring, nehmen Sie den Koffer und gehen Sie hier raus wie Gentleman. Solange Sie noch können. Hör besser auf ihn, Junge. Sie sind ein Dieb. Wirklich? Was für eine Ironie. Na los. Ach, mehr kannst du nicht. Der gehört mir. Ja, du und ich. Hör besser mal mit mir. Na los. Ja, du Pisser. Abscheid. Jetzt nicht dachlassen. Okay, Mann. Du bist erledigt. Ja, du bist erledigt. Ja. Hau. Hau wir ab. Was ist denn das? Hey, du großer. Hamil. Ach, hier. Okay, Lill, hallo. Lass das lieber oben. Schöße. Schnapp ihn. Hey, das war mein Ring. Komm schon, Jungs. Hör auf damit, ja? Hey, der geht auf mich. Drei. Klapp den Jungs. Ist das privat oder kann ich auch kommen? Das ist immer so. Mach dir Platz. Ist das alles? Was soll denn das werden? Schnapp den. Das ist alles? Das ist auch schon immer. Der Eskalett! Danke! Erleicht! Mann! Wie übel! Komm schon! Gut, gib. Gib mir einen Moment, Mann. Bin gleich bei dir. Okay, Lust auf mehr! Oh, das ist das. 2 mein stolz brauchen der sauglocke heute sie ich hab den alten knacker ja ja Oh, verdammt. Komm her, komm her! Typisch Yankee, nur heiße Luft. Hey, 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 hey. Der hat genug. Oder, Kumpel? Nicht. Bleib unten. Hallo, Victor. Kate. Immer noch in der Gosse. Mit ihrem Schützling, wie ich sehe. Nicht gerade angemessen in ihrem Alter. Sie stecken also dahinter. Oh, vorsichtig. Nicht, dass sie sich auflösen. Derselbe kleine Scheißkerl. So furchtlos. Ich frag mich, wovor sie überhaupt Angst haben. Nicht vor Kugeln, Blut oder Knochenbrüchen. Nein. Sie stehen da drauf. Nicht wahr? Das Risiko. Der Tod. Nein. Mr. Sullivan, ich tue ihrem Kleinen schon nichts. Ich will nur, was mir gehört. Geben sie ihn her! Au! Quatsch! Oh nein! Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Sehr Idiot! Oh, gern geschehen, euer Majestät. Marlow, sie müssen sofort weg von hier. Oh, bitte! Das waren doch nur ein paar kleine Arschlöcher! Was? 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Vielleicht oben. Eine von den Vitrinen muss es sein. El museo sehera en 15 minutos. Hey, ¿dá está? Ah, Mist! Eine von den Vitrinen muss es sein. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, da ist der ja. Ich muss dranbleiben. Ah, da ist der ja. Oh, 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 da ist der ja. Was macht er jetzt? Oh, da ist der ja. 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 Was macht er da drin? Oh, da ist der ja. 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 Oh, das hat's getäuscht. Oh, da ist der ja. Oh, da ist der ja. Oh, da ist der ja. Komm. Okay, sie ist in seiner Tasche. Jetzt oder nicht. Es scheint, als hätten wir noch etwas Zeit. Ich hab schon so nie Idee, was wir damit anfangen können. Mist. Immer hüpf langsam, Jungchen. Lass mich los. Hab ich's mir doch gedacht. Und versuch bloß nicht abzuhauen. Bist weit weg von zu Hause, Jungchen. Nenn mich nicht so. Mami und Papi machen sich doch bestimmt Sorgen. Tja, ja. Wohl kaum. Na gut, wechseln wir das Thema. Also das Klauen hast du echt drauf. Du bist wirklich gut. Keine Ahnung, wovon du redest, Opa. Hey, nenn du mich nicht so. Deine Technik ist aber schlampig. Alles viel zu vorhersehbar. Du hast ja einen Knall. Ach ja? Du bist mir durch die ganze Stadt gefolgt. Hast mich wohl für ein leichtes Opfer gehalten. Aber da hast du dich gewaltig geirrt, mein Freund. Was? Ich vermiss noch was. Gut. Vielleicht rufen wir einfach die Polizei, hm? Mach doch. Aber... Die wollen bestimmt wissen, warum ein älterer Tourist einem jungen Kerl nachstellt. Du hältst dich wohl für ein Gans ausgebufft, ne? Ich kann ganz gut auf mich aufpassen. Na egal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Cops nicht mehr magst als ich. Schon möglich. Kleiner. Her damit. Denen war's wert. Einen Versuch war's wert. Denen war's wert. Von wegen viel zu vorhersehbar, hm? Ja. So. Das Museum ist zu. So. 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 Da ist das. Das war knapp. Okay. Das war knapp. Okay. So. 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 Wow, verdammt Kleiner. Na Victor, wen haben wir denn da? Ist das nicht dieser elende kleine Taschendieb? Na los, Junge, komm. Du hast keine Chance. Gib sie uns einfach. Und jetzt den Ring. Welcher Ring? Catherine! Für wen hältst du dich eigentlich, Junge? Du bist doch bloß ein schmutziger, verwahrloster, kleiner Bengel. Du hast kein Recht, diese Dinge anzufassen. Was zur Hölle machen Sie da? Er ist doch nur ein Kind. Schnappt ihn! Haltet den Jungen! Scheiße! Er hat den Ring! Brech die Tür auf! Oh Gott! Er will auf das Dach! Schnappt ihn! Die Kette! Aufreißen! Lass los! Mist! Da ist er! Ach, Mist! Wer sind diese Typen? Komm her, du kleiner Master! Schnappt ihn! Schießen die jetzt auf mich? Er ist Pio hoch! Kappig! Komm, kleiner! Schnappt ihn! Wir haben ihn! Entschuldigung, Platz da Tut mir leid Du scheiß Kerl Ja, wen haben wir denn hier? Ups Alles okay Wovor hast du denn Angst? Schließ Einfach die Augen Es wird nicht wehtun Na komm Bist du okay? Entspann dich, Junge Wir sind sicher Na los Deines Haar, wenn du nicht willst Was willst du von mir? Hm Ein Dankeschön, Bernhard Ich hab dir vorhin den Arsch gerettet Danke Aber was hast du davon? Ich mein Du bist ein Gauner, oder? Da stimmt doch was nicht Du bist echt nicht ohne, Junge Wo kommst du eigentlich her? Hör mal Nichts für ungut Aber ich kenn dich nicht Wenn's das ist Victor Sullivan Jetzt käme der Teil, wo du dich vorstellst Okay Erzähl mir doch mal, was an dem Ring so besonders ist Er gehört meiner Familie Und ich hol ihn nur zurück Geerbt von Francis Drake persönlich? Genau Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber Drake hatte gar keine Erben Keine Kinder Tja Mit seiner Frau in England hat er keine Kinder Okay, hast recht Zeig mal her Na komm schon, Junge Wenn ich dir das Ding wegnehmen wollte, hätte ich längst getan Danke Was steht da? Paus Sig Paus Magna Das heißt Großes aus kleinen Ursprüngen Das war sein Motto Ja? Also Den hat er von Queen Elizabeth gekriegt Als er 1581 von seiner Weltumseglung nach England zurückkam Sie hat ihn zum Ritter geschlagen Das hast du aber sicher nicht auf der Straße gelernt Wieso spricht ein Kind wie du Latein? Die Nonnen waren irgendwie ganz versessen drauf Also Du warst im Internat Das wär noch nett ausgedrückt Okay Also was hat es mit dem Ring und dem Astrolabium von vorhin auf sich? Tja, sag du's mir doch Du arbeitest doch für die Typen Hör mal, Junge Ein Kunde will was Ich besorge es Gegen Geld Und ich stelle keine Fragen Das ist nur ein Job Die Tante war auch echt nett Ja Jedenfalls Den Job bin ich eh los Okay, hör zu Zunächst mal War das kein Astrolabium Das ist eine Art Dechiffriergerät Schau mal hier Auf seinem Weg um die Welt Ist Drake durch Ostindien gesegelt Aber er hat gesagt Er habe sechs Monate gebraucht Von hier Nach da Ja, und? Und das kommt nicht hin Er war als Segler viel zu gut Er hätte einen Monat gebraucht Höchstens Er hat irgendwas versteckt Was Großes Wie groß? Geheimmission von der Königin Groß Geraubte Schätze im Wert von Millionen Die noch nicht gefunden wurden Groß So groß So groß Und Das Gerät hat was damit zu tun Ich bin mir todsicher Na toll Und Marlo hat es Das wird dir nichts helfen Ohne den Schlüssel Sie kann also nichts tun Noch nicht Du hast mir immer noch nicht gesagt Wie du heißt Und du hast nicht gesagt Was du von mir willst Okay Also Du hast Talent Aber du musst noch viel lernen Halt dich an mich Und ich bring dir alles bei Danke Aber ich komm auch alleine klar Ja Sicher Lass uns von vorne anfangen Was meinst du? Meine Freunde Nennen mich Sally Nathan Drake Nate Drake Okay Das ist der Beginn einer großen Freundschaft Glaub mir Und Das war's Okay Jungs Ich hab mich etwas Reingesteigert Du hast gesagt Lass es echt aussehen Sei lieber nett zu ihm Okay Adlerauge Sei wachsam Sie kommen zu dir Verlier sie nicht War klar Dass sie anbeißen Wann werden sie merken Dass sie eine Fälschung haben Egal Jetzt sind sie aufgescheucht Jetzt folgen wir Ja jetzt folgen wir Einfach in ihr dreigiges Loch Weißt du Bei dir hört sich irgendwie alles schmutzig an Meinst du? Wir müssen weiter Hier lang Was? Na los Wirklich? Komm schon Charlie Was ist denn los? Ja 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 Gut okay Und bald ist es vorbei Und bald ist es vorbei Und bald ist es vorbei Das war's Das war's Oh War ja halb so wild Was ist denn mit dir los? Jetzt alles okay Blockiert Wartet Wir kommen so rum Ja ja klar Oder wir setzen mal unsere Fülle Oh Gute Idee Sie ist zu hoch Hier Schieben wir das Ding da rüber Ich mach schon Jetzt streng dich mal an Wir haben dich die ganze Nacht Ja Danke für die Hilfe Kommt schon Ihr faulen Säcke Okay Luft es wohl rein Pass besser auf deinen Kopf Guten Abend Jungs Alles klar Schätzchen? Na ihr zwei habt ihr richtig Spaß gehabt Ja war richtig schön Chloe Lief wie am Schnürchen Und du? Hattest du die Sprache verschlagen? Oh ja Charlie hatte ein bisschen viel Spaß für meinen Geschmack Mir brummt immer noch der Schädel Ich bitte dich Was soll da brummen? Da ist doch nichts drin Ach da hab ich wohl was verpasst Ja hast du wirklich Es war sehr sehr aufschlussreich Witzig Gab's Probleme? Na easy peasy Und sie haben dich nicht bemerkt? Auf keinen Fall Und hinter welcher Tür steckt Scary Poppins? Hinter der da drüben Der grünen Sie fuhren da hinein und seitdem ist es dunkel Sind sie noch da drin? Tja Ich hatte es ständig im Blick Und niemand kam rein Oder raus Meinst du wirklich wir brauchen die? Ich mein die erwarten uns ja nicht Unterschätzt die Typen nicht Die machen keinen Spaß Ja wir schleichen uns rein Und wieder raus Einfach so Ja das klingt gut Und bei Gefahr Erst schießen Und dann werden Fragen gestellt Okay Ich dachte nur darüber nach Diese Tasche zu nehmen Und einfach abzuhauen Ja du kannst mich nicht täuschen Mann Ey glaub mir Das ist nichts gegen das Was noch kommt Naja in meinem Alter Da hab ich lieber den Spatz in der Hand Hab ich's nicht gesagt? Naja komm schon Ich hoffe einfach mal Dass du recht hast Scheint alles ruhig Hat dir die Sinn und dumm? Na Wir können wohl Kaum einfach reingehen Und nachsehen